Musik Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich halt hier bin im Betrieb, dann freue ich mich jeden Morgen aufzustehen, wenn ich weiß, auch um 14 Uhr jetzt zum Beispiel in Kiel machen wir auf. Wir sitzen hier oben in den Fahrstand, von hier aus wird der Power Tower komplett gesteuert. Ansonsten haben wir hier unser Fahrpult, von hier aus starten wir die Fahrt, halten die Fahrt an. Wir haben hier noch einen Monitor bei uns an der Seite, da ist der Power Tower komplett überwacht, also da können wir wirklich alles einsehen, wir haben Temperatur, wir haben Windgeschwindigkeit. Man sitzt hier nicht nur und drückt irgendwelche Knöpfe oder macht blöde Sprüche, wir haben Verantwortung für das Personal, was wir hier am Geschäft haben, wir haben Verantwortung für die Leute, die drinnen sitzen und dann geht es natürlich noch darum, den Fahrgast, der gerade fährt, zu unterhalten, sowie auch die Personen, die vorne stehen am Geschäft, einfach zu vermitteln, wie toll das ist und wie lustig, um sie halt zu animieren, vielleicht doch mal einzusteigen und mitzufahren. Musik Ich bin in Soest aufgewachsen, da ist die Allerheiligenkirmes in Soest, die ganzen Lampen, die Technik, dass wirklich einer am Mikrofon sitzt und die Leute belustigen kann, unterhalten kann, das hat mich sehr fasziniert. Und dann kam natürlich die Anfrage vom Powertower. Hast du Angst? Äh, ja, ein bisschen, aber nicht viel, ein bisschen. Oh fuck! Oh fuck, wieso machen wir das? Oh fuck! Blitzer, weil ich so gerne fliege ohne Fallschirm. Yeah! Ich war der Entfrohnisch! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ja! Ich könnte es schon wieder tun. Jemand an der Seite geht es raus. Geh lieber hinten an mir. Aber wie war es? Es war supergeil! Es war supergeil! Aber das war super schön! Musik 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 Manche Sprüche haben wir standardmäßig mit dabei, aber auf die Leute geht man dann doch spontan ein. Es tut mir leid, wir müssen leider nochmal. Der junge Mann hier vorne, der hat seine Haare verloren. Eha, da war wieder ein Engel mit einem Rasierapparat unterwegs. Wir müssen die Haare wieder finden. Und was er nicht hat, hat er nichts. Ich bin super zufrieden, Leute. Heute haben wir weniger Betrunkene dabei. Da macht es natürlich mehr Spaß. Alle wieder da. Na Gott sei Dank. Es ist vorbei. Ihr seid zurück. Und jetzt tut er das, was er am besten könnte. Alkohol trinken. Dankeschön. Hinten und vorne, was an den Seiten geht es raus. Aus diesem Ehrenwerden aus. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.